Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 12. März 2021. Wir unterbrechen heute unser normales Programm, um Details zum Wetter im Weltall bekannt zu geben. Wir geben weiter an unsere Wetterexpertin Gau. Dann wollen wir doch mal sehen, wie das Wetter morgen im All wird. Auf dem Mond wird es klar sein, ebenso auf dem wunderschönen Saturn. Der Jupiter darf auf einen klaren Himmel hoffen. Auf dem Mars sind Schauer zu erwarten, gefolgt von dichten Wolken. Auf der Sonne sind Temperaturen um die 6000 Grad zu erwarten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das nimmt man dann wohl ein Wunder? Meint ihr das ernst? Ich kann's nicht glauben. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Katen-Jan-Jan. Der 12. März war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.